Sie suchen elektronische Systemlösungen, aber keiner bietet sie an? Sie brauchen etwas ganz Individuelles aus dem Bereich automotiver Komplettsysteme, aber niemand kann Ihnen weiterhelfen? ICP ist für Sie der richtige Ansprechpartner. Wir helfen Ihnen, hinterfragen Ihre Wünsche und entwickeln anhand Ihrer Idee einen auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Prototyp. Kreativität und Qualität der Umsetzung stehen stets im Vordergrund. Nach Erstellung der nötigen Fertigungszeichnungen und Stücklisten folgt der Einkauf aller benötigten Komponenten und die Produktion kann beginnen. Verschiedene Applikatoren, neueste Geräte und kompetentes Fachpersonal setzen Ihr Produkt Stück für Stück zusammen. Ausführliche Tests sorgen für die einwandfreie Funktionalität Ihres Systems. Jetzt können Sie das von uns für Sie entwickelte System in Betrieb nehmen. ICP – Wo andere aufhören, machen wir weiter.